Die Stadt Bern hat vor rund 20 Jahren New Public Management eingeführt. Es ist Zeit für eine Modernisierung und ich bin sehr froh, dass wir mit dem heutigen Entschied Finanzprozesse und Berichterstattung vereinfachen können. Gleich bleibt, dass die Stimmbevölkerung auch in Zukunft jedes Jahr über das Budget entscheiden kann, unabhängig davon, ob der Steuerfuss ändert oder nicht. Es bleibt! customized ist und eine wäre is